Die Kreativ Network GmbH ist auf Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung im medizinischen Sektor spezialisiert. Das inhabergeführte Kölner Unternehmen behauptet sich seit Jahren mit großer Erfahrung, topqualifizierten Fachkräften und großer Zuverlässigkeit in diesem äußerst anspruchsvollen Umfeld. Exzellente Dienstleistung kann für den Kunden jedoch nur erbracht werden, wenn auch intern alles stimmt. Das wird nun durch die bereits dritte Auszeichnung als herausragender Arbeitgeber des Mittelstands bestätigt. Denn auch das begehrte Top-Job-Siegel 2020 attestiert der Kreativ Network wieder höchste Zufriedenheit der rund 100 Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber. Wir freuen uns natürlich riesig, dass wir erneut die Auszeichnung erhalten haben, diesmal sogar als ersten Platz. Das hat natürlich auch das ganze Team sehr gefreut und bestätigt uns einfach in unserer Art der Unternehmensführung, die sehr stark die Mitarbeiter oder den einzelnen Mitarbeiter in den Fokus rückt. Wir sind sieben Tage die Woche für den Mitarbeiter erreichbar, auch außerhalb der Bürozeiten. Wenn er Probleme hat, wenn er Rückfragen hat, das schafft natürlich sehr viel Sicherheit, Vertrauen und das wissen die Mitarbeiter auch sehr zu schätzen. Kreativ Network bietet unbefristete Arbeitsverträge, attraktive, übertarifliche Festgehälter, Urlaubs- und Weihnachtsgeld und betriebliche Altersvorsorge. Dies sorgt für Sicherheit bei den Mitarbeitern, was sich direkt positiv auf die Arbeitsqualität auswirkt. Die festen, nach Dienstplan geregelten Arbeitszeiten sind in der herausfordernden Medizinbranche ebenso wenig selbstverständlich wie der Dienstwagen auch zur privaten Nutzung oder das Jobticket. Damals kam ich hier an und da hat man mir erzählt, was hier so gemacht wird und das konnte ich gar nicht glauben. Ich habe gesagt, die können die Dienstpläne selber gestalten, die können sich das aussuchen, wo die hinfahren, die tarifliche Erhöhung, die wir hier haben, aber es ist wirklich so. Egal ob von Kollegen, vom Vorgesetzten, also wir werden in jeder Form unterstützt. Meine Kollegin, die hat eine kleine Tochter. Wenn die jetzt krank ist, dann kann die zum Beispiel Homeoffice machen. Wenn man andere Termine hat, muss man nicht unbedingt einen Tag freinehmen, sondern kann sagen, ich bin jetzt mal weg für eine Stunde und komme dann wieder. Also sehr familiär ist das Ganze. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir den Mitarbeiter da abholen, wo er gerade steht und jeder Mitarbeiter das Recht hat, mal schlechte Tage zu haben, aber auch seine Emotionen hier freien Lauf zu lassen, weil so macht das Arbeiten Spaß.